herzlich willkommen zu einem neuen let's play ihr magic freunde da draußen und ja heute mal wieder minecraft im letzten part haben ja hier die das doch ein bisschen sagt jetzt mal fertig gemacht und was machen wir denn heute einfach dasselbe moment ich versuche mal kurz das mikro ein bisschen so gut ja heute wollen wir es auf jeden fall noch ein bisschen erweitern bisschen besser machen oder denkt schon dass wir das heute machen dann müssen wir auch ein paar samen anbauen das war nicht denke ich mal gleich am anfang tun aber bevor wir das machen essen wir natürlich mal was wir leben natürlich auf und auf eine höhlen tor habe ich auf jeden fall heute richtig bock das haben wir auf jeden fall machen ein kleines höhlentürchen machen und zwar haben wir hier auf jeden fall viel viel kosten das machen wir alles rein da deswegen würde ich sagen gehen wir gleich auf eine koppel tour das heute auch noch rein sonst haben wir danach hier alles in den den facken lassen auf jeden fall hier werde lassen wir mal hier schaufel lassen wir auf jeden fall auch hier die will ich dann nach irgendwann auch mal noch behalten ist das ein diamantschwert heißen schwert ok hebel noch mal hier rein wenn nötig können wir und lassen wir mal nehmen wir mal so elf mit das reicht auf jeden fall jetzt haben wir auf jeden fall nichts mehr so besonderes wichtiges das ist natürlich die frage wo gehen wir über den tour machen da unten haben wir glaube ich alles erforscht soweit ich weiß oder ich weiß das nicht schauen wir mal und sonst können wir hier gleich wieder zubauen aber ich denke schon hier haben wir alles soweit erforscht wir können dann hier auch ganz normal super und hier haben wir das genau eine schlucht hätten wir noch bei bei unserer anderen hülle in wie soll man sagen ja das hier auf jeden fall alles geschaut im haus dieser hülle haben wir auf jeden fall noch eine schlucht irgendwie zu entdecken also und die denke ich werden wir auch gleich mal entdecken nicht entdecken noch mal erforschen ich weiß nicht ob wir das jetzt mal weil das risiko ist dann eben groß dass wir wieder sterben das risiko dann sehr sehr groß eben aber ja ich weiß nicht wie will ich denn das dann ja machen wir das mal gehen wir mal zu der schlucht einfach mal zu schauen vielleicht finden wir mal ein bisschen redstone oder sowas was weiß ich so dann hier auf jeden fall noch mal aufbauen und nach unten gehen und wenn uns dann mal gleich mal ein bisschen umsehen da unten und ich glaube die maus empfinde ich kann muss ich ein bisschen hoch tun ne geht da nicht vielleicht irgendwann mal wo und hier das leben geht auf jeden Fall schnell runter so ähm ich weiß ich hier muss ja hier ist die Sackgasse das weiß ich noch hier ist eine Sackgasse ja da bin ich mir sicher ja da bin ich mir sicher ihr könnt mir auf jeden fall auch mal Kies abbauen wenn wir es mal brauchen aber zur Zeit brauchen wir es eher nicht haben wir hier eigentlich alles auf borscht ich glaub soweit schon jetzt müssen wir auf jeden fall mal runter in die Tiefe ähm die soweit ich weiß sind wir da in irgend so kleinen versteckten Räumchen hinein da oben haben wir auch noch nicht Moment haben wir überhaupt ja nochmal ok hier nochmal schauen zuerst ok und hier haben wir schon mal wunderschönes Silver das ist auf jeden fall cool dann haben wir wieder ein bisschen viel was wir dann reinstecken können das coole Dingens da ähm Schwert immer schön dabei haben so hallo ernehmst du mich noch ne maus empfinde ich halt creeper ist oben Moment kurz ähm muss kurz die maus empfinde ich rein schlägt mal kurz auf so 120 circa ja das ist ein bisschen zu schnell hm 110 ja ok ist vielleicht gewöhnungsbedürftig aber geht auf jeden fall gleich ja komm das ist jetzt da fast oh kommen auf jeden fall viel viel zombies das ist angelaufen ok so dann auf jeden fall hier das sind wir noch ein bisschen aber das kommt creeper dann sind wir am Arsch wo man creeper oh gleich zwei oh mal kurz was essen das ist unser letztes Brot das ist schlecht ach wir haben sie immer so mangelwaren mit dem essen hier da unten ist glaube ich nix mehr ich habe ja vorhin Eisen abbauen wollen das war da oben irgendwo das war das war dann erst gleich da drüben so so ok ein Eisen haben wir jetzt schon mal gehen wir mal nach unten ich glaube das war sogar unten diese Schlucht ein bisschen tiefer wir können wir auch mal schnell alles abchecken ob es hier irgendwas interessantes gibt aber natürlich nicht ist ja immer eine Sackgasse ok hier waren wir auf jeden fall das weiß ich noch und ja ist ja korrekt das sieht man ja Faktor eine Rucla das war hier glaube ich irgendwo hier ist auf jeden fall lava die würde ich gerne zutun aber ich will erstmal hier ein bisschen die Kohle erstmal abbauen das das Kohle haben wir auf jeden fall ähm nie genug können wir immer wieder abbauen das können wir natürlich dann massenweise machen so ok hier unten waren wir auf jeden fall das ist schon da können wir auch ah hier ist nochmal mal zum richtigen ist ja da rüber gegangen sonst hätten wir das nicht gesehen ok 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 jetzt mal kurz kontrollieren ich habe keinen blassen Schimmer wo wir sind ist da hinten die äh Schlucht ich hoffe er ist sehr hallo auf jeden fall haben wir hier Kohle das ist schon mal sehr sehr gut von hinten komm so ja kommt nur solange man den Creeper kommt ist alles gut so da oben ist auf jeden fall irgendwo noch äh Silber habe ich gesehen da oben geht es auch noch hin ich würde sagen wir gehen erstmal nach unten so hier haben wir oh die Diamantspitze hält nicht mehr so lange durch jetzt nix mehr hier noch was natürlich ist es so jetzt erstmal hier runter yeah redstone oh yeah redstone oh yeah richtig Hammer so einen Fehler mache ich nicht mehr Moment wie wir so jetzt haben wir nix mehr so hier erstmal gleich eine Fackel hin so erstmal die Diamanten abbauen kann natürlich auch gleich sein dass die Labe irgendwie rüber läuft und irgendeinen kleinen scheiß Block weg machen richtig cool so jetzt versuchen wir uns da irgendwie hoch zu bauen so so ach fuck wir brauchen wieder mal was zu essen wir haben mal raus gebaut genau jetzt gehen wir hier hoch so und fangen wir uns erstmal ein bisschen rüber so so wo kommen wir denn hier hin oh yeah das war unser letzte Fackel okay ich war ist mein schwert und ich glaube unser Leben regeneriert sich nicht mehr, oder? ich glaube nicht mehr weil wir ja ok Fackeln machen wir uns mal 11 Fackeln kurz 45 Fackeln reicht auf jeden Fall wieder mal eine kleine Weile hier ist nichts mehr Nö hier ist auf jeden Fall nichts mehr ok so müssen wir jetzt hin hier oh hier haben wir auf jeden Fall viele Sachen in dieser Höhle haben wir bis jetzt auf jeden Fall eine Menge abgebaut aber wir haben auf jeden Fall aber auch eine Menge ja wieder verloren aber es wurde uns ja alles wieder irgendwie wiedergegeben das Wasser die kommen gerade in irgendeine andere Geschichte rein also nicht mehr dort wo die Höhle war ja hier war doch noch irgendwo was hier ganz kurz wenn es hier was hat er drüben ist nicht er drüben wirklich oh ist das hallo oh gold oh hohoho Mmh, mmh, mmh.